hallo herzlich willkommen zu diesem ja doch sehr spontanen video an der stelle und ich habe auch ehrlich gesagt keine ahnung wie ich das format nennen will ist es totale langeweile ist es irgendwas neues ich weiß es nicht weil ihr müsst wissen ich habe jetzt seit gestern abend erfahren so hey morgen bin ich tatsächlich mal ganz alleine ich habe wirklich sturmfrei frau ist in der arbeit kinder sind betreut ich habe momentan frei und dachte mir krass da muss ich das irgendwie nutzen ich muss jetzt plötzlich irgendwelche videos jetzt aus dem ärmel ziehen damit ich die wenigstens produzieren kann damit ich mal hier in ruhe aufnehmen kann und habe so stark überlegt welche sachen ich machen könnte und ich bin zu keinem entschluss gekommen am ende ist es jetzt sehr erfolglos und ich sitze jetzt hier und denke mir ach weiß was scheiß drauf ich mache jetzt einfach die kamera an und quatsch so ein bisschen macht so ein relativ beruhigten und unstrukturierten labertalk video und auch für diejenigen die jetzt das ganze anschauen ihr müsst jetzt hier nicht irgendwie am ball bleiben ihr könnt das nebenbei hören wenn euch das interessiert ein bisschen was zocken ein bisschen was haushalt machen oder staubsaugen oder so es wird nur ein bisschen talky talky heute habe ich ja schon eine zeitlang nicht mehr gemacht ich kann aber auch erzählen weil wir können natürlich einmal könnte ich ein bisschen was zu meinem gaming konsum momentan quatsch oder erzählen das mache ich noch aber erst mal möchte ich gerne wenn ich schon mal die gelegenheit habe wissen content plan erklären erläutern weil das ist ja so ihr wisst ja ich fahre zweigleisig ich weiß ich bin da jetzt ein bisschen nicht mehr so monogamie mäßig unterwegs ich habe einmal youtube und twitch und während twitch eigentlich finde ich sehr gut läuft vor allen dingen weil es mir immer noch super viel spaß mache ich habe so einen gewissen streaming plan mir selber auferlegt dienstags donnerstags und samstags streaming immer so gegen 21 uhr die wochentags streams sind mehr aufs gaming bezogen also da spielen wir sowas wie was habe ich jetzt letzte zeit gespielt holo night habe ich durchgespielt mario odyssey die 99 monde jetzt die 3d world noch mal auf 100 prozent also wohl 100 prozent nicht ganz aber alle stempel alle sterne und sowas da bin ich gerade kurz davor das zu beenden return und so weiter und so fort solche sachen zock ich da sehr sehr gerne und am wochenende ist es mehr so ein event charakter da gibt es zum beispiel ein videospiel quiz da habe ich 30 fragen überlegt und jeder kann daran teilnehmen das sind zum tool wo man mit spielen kann da gibt es auch was zu gewinnen zum beispiel oder den wini cup da geht es dann um ein turnier wo man sich anmelden kann da kann man mit teilnehmen zum beispiel hatten wir zweimal smash was mega bock gemacht hat oder musik oder herz das quasi die musik wie die videospiel musik show wo eure einsendungen gehört werden und solche sachen also ja das mache ich momentan und natürlich würde es mich sehr freuen wenn ihr da bock drauf hat dann vorbeizuschauen unten in der video beschreibung findet ihr einen twitch link zu meinem channel da könnt ihr gerne mal ein follower lassen und dann können wir auch mal gemeinsam im stream im chat bisschen über sachen quatschen und da habe ich natürlich auch was geplant in nächster zeit also zumindest ein paar sachen wie zum beispiel rüdiger habt ihr auch vielleicht sogar auf diesem kanal gesehen ich mache mit dem raketen ganz da immer mal wieder so ein paar videos die auch sehr gut ankommen oder eigentlich live streams dieser gut ankommen und da ist es auch in der nächsten zeit mal der gute launen typ dabei damit teilnimmt also wir sind dann zu dritt das wird schon ganz geil da freue ich mich riesig darauf und wenn du das nicht verpassen wollt ihr wisst bescheid und youtube ist ja jetzt eigentlich nicht mehr also man muss halt sagen wenn man wenn man so so früher war das so wenn du youtube gemacht hast da habe ich mich ganz ganz stark auf dieses thema fokussiert ich habe mir formate und ideen überlegt die ich dann umsetzen kann auf youtube das ist einfach in nicht mehr möglich also nicht nur dass ich jetzt einfach auch twitch mache und so es ist einfach mit familie und zeit und raum räumlichkeiten einfach mir nicht erlaubt mich damit so stark zu beschäftigen was ein bisschen auch quatsch ist muss ich zugeben weil ich könnte ja rein theoretisch einfach mal für ein video einen monat brauchen oder so dann gebe ich mir aber ein bisschen extrem viel mühe und da kommt einmal im monat ein video euch wird es gefallen ich weiß aber so bin ich nicht ich bin nicht so der typ der über mehrere wochen hinweg an einem video werke das ja das ist zwar quality das stimmt schon aber ich bin zu ungeduldig bin meistens zu ungeduldig und wenn ich etwas mache dann möchte ich das auf jeden fall beenden und das stresst mich total deswegen gibt es momentan auf youtube eigentlich total faulen content bin ich ehrlich klar sowas wie das mario kart 8 video und so das war schon ein bisschen aufwendiger es war cool das war so diese video idee wie schnell schaffe ich es in einer woche mario kart 8 diszipliniert zu trainieren dass ich am ende in meinem eigenen stream halt alle weg fege aber ansonsten sind das eben auch nur ja so laber videos ich sitze da meistens hier und dann gibt es dann irgendwie eine milestone collection und so dann erzähle ich von meinen lieblingsspielen oder es gibt weiß nicht ihr wisst selber also die drei dinge die mich an der xbox series s gestört haben und sowas und das ist einfach für mich momentan sehr angenehm weil ich das nebenbei neben den ganzen sachen gut produzieren kann und ich hoffe das ist okay denn ich muss sagen es gefällt mir momentan zum beispiel diese drei dinge videos der drei dinge die ich gut und schlecht finde an der ps5 und so weiter das kam erstens gut an und zweitens war das für mich wunderbar zu produzieren ich musste da jetzt gar nicht so große recherche arbeit leisten es ist einfach so und es ist ja auch das was ich gerne auch in zukunft gerne irgendwie weiterhin vermitteln will hier gibt es jetzt zwar wirklich nicht gaming quality content gibt es kein wissens content ich bringe euch nichts bei erstens kann ich das gar nicht und zweitens bin ich auch nicht der beste mann dafür ich möchte wirklich wieder eher so zurückkehren zu den wurzeln oder was das wurzeln ich meine das mache ich ja sonst auch immer aber ich habe festgestellt so meinungs videos wir sind ja alle irgendwie wir sind alle so mittlerweile informiert was gaming angeht wir kennen uns über spiele aus oder kennen uns mit game design sachen aus weil einfach ganz ganz viele kanäle mittlerweile da sind die das aufs kleinste detail erklären und erläutern und jetzt wenn ich daher komme und das nochmal mache dann ist es irgendwie auch nicht mehr spannend genug vor allem weil ich von der materie nichts weiß aber was halt keiner hat ist halt meine meinung das ist ja das interessante natürlich ist es nicht für die masse gedacht aber für diejenigen die sich denken hey ich würde jetzt schon mal gern wissen wie er keine ahnung nie replicant fand zum beispiel da gibt es bald auch noch ein video dazu dann würde mich das interessieren dann klickt man da drauf das ist so ein bisschen der punkt der mir momentan tatsächlich gut gefällt den ich gerne auch verfolgen möchte und werde da in zukunft da auch bei dran bleiben und ja hoffe auf ich finde das t-shirt so nervig weil es immer noch das t-shirt geht immer nach oben von hinten so sieht es irgendwie besser aus weil dann sehe ich aus als ob ich für die kante wäre weil es ist vollkommener quatsch ja ansonsten gut youtube haben wir so abgehakt was gibt es noch ich glaube gar nichts mehr jetzt können wir gerne mal ein bisschen so über games quatschen weil da muss ich sagen was ich halt in letzter zeit sehr sehr häufig auf oder was mir aufgefallen ist ich habe ja jetzt drei jahre lang podcast gemacht und über die drei jahre lang habe ich ganz ganz viel gespielt gerade so kleine spiele die eine geschichte erzählen vielleicht einen abend lang und dann war das durch so und das habe ich auch gerne genutzt ich habe gerne solche kleinen narrative explorations gespielt kleine geschichten puzzel spiele und so das war voll mein ding aber ich muss zugeben jetzt dadurch dass das thema jetzt irgendwie vorbei ist und ich jetzt irgendwie mehr zeit für mich habe stehe ich total auf challenges ich weiß nicht wo das jetzt herkommt so ich war nie der typ der jetzt irgendwie großartig sich was beweisen wollte oder so aber ich finde es irgendwie super interessant dass ich plötzlich bei einem mario spiel den approach habe ich hole mir jetzt alle stempel alle monde in dem fall nicht aber alle sterne alle fahnensprünge ich will alles sehen in dem spiel das hat mich normalerweise gar nicht interessiert ich habe bei mir replicant nde freigespielt ich habe nichtmals also überhaupt dass ich solche dass ich mich dazu aufraffe so was zu versuchen normalerweise interessiert mich das nicht mehrere enden so was dann gucke ich mir die auf youtube an und plötzlich stehe ich da oder sitze da und zocke nie replicant drittes mal durch und denken was mache ich ja eigentlich so also es hat sich irgendwie was bei mir getan ich weiß auch nicht ich kann es auch nicht erklären was das ist das zieht sich über verschiedene sachen hinweg also auch dass ich mir cup hat gekauft habe gut es ist vorrangig für den stream aber normalerweise cup hat interessiert mich normalerweise ich habe das damals finde es immer super sexy das sieht super geil aus und das sound ist super aber das spiel reizt mich nicht einfach so ein boss rush der knallhart ist ist nicht meins muss nicht sein brauche ich mir nicht geben und plötzlich kriege ich so diesen dieses gefühl ich würde das gerne mal wenigstens besiegen dieses spiel sehr interessant auf der anderen seite wiederum langweilen mich eben jetzt diese story games also nicht story games im sinne von sowas wie the last of us oder wie ein resident evil village oder sowas was ich noch nicht angefangen habe aber da weiß ich schon das mit mir gefallen sondern eher so diese ganz also spiele die ganz ganz großen fokus auf story legen die eigentlich die story und die geschichte als kernmechanik nutzen sowas wie life is strange oder generell die don't not spiele tell me why fand ich ultra langweilig ich habe zum beispiel dem marquette gespielt das ist so ein kleines puzzle abenteuer das gab es im ps plus da geht es auch vorrangig um puzzeln und um die geschichte die sehr romantisch und auch sehr schön erzählt wird aber da bin ich auch irgendwie nach weiß nicht nach der stunde eineinhalb irgendwann mal ermüdet und mache es aus und brauche es irgendwie nicht mehr also ich brauche irgendwie mittlerweile entweder ist es das gameplay das mir fehlt und ich da irgendwie mehr einen fokus drauf lege oder es ist halt die challenge dass ich ja dass ich habe weiß ich habe einfach so viele von diesen story games gespielt in den letzten jahren dass ich einfach merke erstens kann ich mir die fast alle gar nicht mehr merken ich weiß gar nicht mehr als ich weiß dass ich bestimmte spiele gespielt habe aber worum ging es da noch mal genau so und das ist irgendwie total quatsch eigentlich und zum anderen ja macht mir einfach momentan so da ich will nicht sagen harte schwierigkeit gerade aber so kerniges gameplay so richtig smooth gameplay wo ich tief hineinstürzen kann und mich damit auseinandersetzen kann das reizt mich momentan sehr so darauf habe ich sehr bock was auch ein bisschen blöd ist weil ich habe mir neulich das ist auch eine total bescheuerte geschichte ich finde es immer noch immer wenn ich das erzählen finde ich das so dumm also ein klassischer yeti win move ich habe mir kapett also ihr wisst das wahrscheinlich selber im psn store gibt es immer wieder irgendwelche sales und da gab es jetzt kapett im salen das ist ja irgendwie immer im salen und ich dachte mir ach guck mal 15 euro für kapett ja das gönne ich mir mal das guck tue ich mal in meinem wagenkorb was ich aber vergessen habe ich habe es gekauft und guck so auf meinen auf mein handy dann so ne ich krieg dann so die nachricht von paypal ja übertragung eingegangen ich habe 55 euro ist das denn warum habe ich jetzt habe ich das doppelt gekauft weil das ist mir auch schon mal passiert bei amazon doppelt estrogen gekauft total dumm aber was kann ja nicht sein und dann habe ich festgestellt fuck da war noch was im wagenkorb ich habe irgendwann mal ich war so richtig dumm war weiß nicht habe ich mich mit dem alex unterhalten und habe disco lösium in meinem wagenkorb getan was ich eigentlich zurzeit gar nicht spielen will und habe es jetzt selber mitgekauft so und ich kann es natürlich nicht zurückgeben für 40 euro holy shit bis ich das spiele ist das spiel wahrscheinlich schon die hälfte wird und mit einem sale verramscht aber egal tabby star ist jetzt wahrscheinlich nicht der schlechteste pick aber mich hat es irgendwie geärgert weil ich wieder mal so richtig so dusselig wie ich bin kauf getätigt habe der nicht nötig war aber disco in lösium kann man ja auch noch kurz erzählen haben mir schon zum release damals ganz ganz viele leute empfohlen ich weiß das ist irgendwas spezielles und darauf hätte ich auch sogar bock aber ich habe immer diese ausrede gefunden so ja viel zu lesen und so aber alles auf englisch will ich nicht jetzt ist es auf deutsch und jetzt spiele ich trotzdem nicht aber ich will es schon spielen also jetzt muss ich sowieso spielen weil das ist mir so total doof aber ich will es auf jeden fall zocken und brauche aber erst mal noch ein bisschen zeit weil das ist auch so ein thema ich weiß ich das habe ich früher viel viel besser in den griff bekommen aber ich fange zu viele spiele gleichzeitig an ich habe einmal was habe ich denn momentan in der pipeline gut 3d world und so das lasse ich mal außen vor aber return das ist so ein ding das spiele ich gerade eben und es bockt mich mega es macht unfassbar viel spaß es ist zwar total lächerlich dass ich drei stunden spiele und keinen progress mache aber das bockt einfach so das spiel deswegen ist es nichts schlechtes dann habe ich jetzt resident evil village habe ich jetzt nicht angefangen habe ich aber da persona fünf strikers habe ich mir mal geholt habe ich angefangen und dann kann irgendwas dazwischen habe ich das kurz pausiert und das ärgert mich jetzt weil das ich hasse es dinge einfach beiseite zu legen ich möchte die sachen beenden und komme nicht dazu dann habe ich jetzt fällt mir nichts ein verdammte scheiße was habe ich denn noch was für ein quatsch ist das ich habe jetzt gerade gedacht ich hätte ganz ganz viel gerade parallel aber ich habe tatsächlich das ein oder andere textu ja stimmt textu spiele ich mit dem alex und auch im stream und jetzt ja auch das so ne man muss das einfach muss die sachen beenden endlich mal und komme irgendwie nicht dazu bisschen blöd eigentlich bausers und dann sind ja auch noch sachen in der pipeline bausers fury noch nicht angefangen resident evil village bekommen mich mega gefreut aber noch nicht angefangen dann persona fünf strikers muss ich ja beenden dann muss ich halt noch disco lyzium ist noch an in den startlöchern und dann habe ich noch cyberpunk so was ich auch noch nicht an also gut dass darauf warte ich ja irgendwie noch so auf den richtigen sachen und natürlich neo und sowas was ich in meiner pickup folge noch gezeigt habe nicht einmal angerührt es ist einfach um crosscode oh mein gott crosscode ist auch noch da aber was mache ich denn es ist total schrecklich habe zu viele spiele gekauft und jetzt stehe ich da und denke mir fuck ich ich muss erst mal die sachen beenden das sind auch keine kleinen spiele das sind ja klopper das ist jetzt nicht so einfach also naja ihr wisst wie es wie es ist also ich bin da wahrscheinlich kein unschuldslamm oder kein kein einzelfall das wollte ich eigentlich sagen weil ich kenne das sehr sehr häufig dass leute dass ich ganz ganz viel ja aufladen und dann irgendwie anfangen und das nicht beenden und so das war ich aber nicht habe immer normalerweise immer gesagt ich möchte die sachen beenden immer eins nach dem anderen früher habe ich zum beispiel spiele parallel gespielt kann ich auch gerne mal kurz mal an euch die frage richten könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben wie ihr das handhabt aber bei mir ist es immer so früher war es so ich habe zwei spiele gleichzeitig gespielt ich habe immer die zeit gefunden weil du warst der schüler und so da habe ich dann quasi immer hin und her geswitcht ich habe mal was weiß ich so ein bisschen adventure spiel gespielt und habe ich ein bisschen action spiel gespielt und das hat sich wunderbar ausgeglichen weil da war die gute abwechslung am start so weil ich bin auch nicht so der gamer der jetzt irgendwie fünf stunden am stück es sei denn das spiel bockt mich richtig durch zieht so ich brauche zwischendurch auch mal so ein weiß ich eine halbe stunde wo ich mal youtube gucke oder vielleicht noch mal weiß nicht mit jemandem telefonier oder so das macht mir mehr spaß als jetzt am stück nur dauerhaft am pet zu sitzen und deswegen war das immer sehr cool wenn man so zwei spiele hatte weil das eine gute gute abwechslung war dann mache ich das habe ich eine zeitlang auch sehr gerne so dieses multiplayer single player verhältnis gehabt immer ein multiplayer teil den man immer wieder spielen kann mit seinen freunden und so und wenn da gerade nichts geht dann rüber zu seinem single player spiel und das dann im spiel das habe ich auch eine zeit lang gemacht aber das ist auch zeitlich nicht mehr so richtig möglich momentan war es eigentlich lange zeit so dass ich immer nur ein spiel nach dem anderen gespielt habe und wenn das spiel beendet war standen schon acht hinten dran so wie jetzt quasi und danke danke für die credits tschüss und dann gleich zack der nächste und das ist auch besser als das was jetzt passiert wo ich jetzt einfach tausende baustellen habe und irgendwie das gefühl habe ich weiß nicht mehr wo vorne hinten ist ich weiß nicht mehr wo ich anfange weil wenn du dann zurückkehrst zu irgendeinem titel dann weißt du gar nicht mehr was wie geht es nicht weiter oder so das hatte ich jetzt neulich mit irgendeinem ich glaube das war bei holla night oder sowas das habe ich auch eine zeit lang oder der quatsch der wücher war es zum beispiel auch da wollte ich die dlcs nachholen das ist jetzt schon ein jahr her oder so und dann habe ich festgestellt fuck wie kann ich mich überhaupt noch mal heilen das habe ich überhaupt nicht mehr gerafft bis ich das verstanden habe dass das die schwalbe ist schon lange her gewesen 2015 schon ein paar jahre her naja und jetzt fällt mir gerade auch ein hier ne moment wo ist es hier auch das ne das habe ich jetzt schon seit ewigkeiten hier rumliegen eigentlich habe ich das für meinen sohn gekauft aber bis jetzt hat er noch nicht so richtig den drive gefunden spyro ne hier in der das sind auch noch mal drei teile holy fucking shit aber auch irgendwie total lust mal das auszuprobieren ist bestimmt ganz witzig ist jetzt nicht die welt aber macht bestimmt bock ja also momentan ist bei mir viel angesagt content ist natürlich auch am start ich möchte sehr gerne das kann ich auch noch mal kurz erzählen was youtube anbelangt das gehen wir wieder zurück ich würde sehr gerne diese drei dinge die ich an dinge nicht also nein die drei dinge die mir positiv oder negativ aufgefallen sind an bestimmten produkten das in dem fall war das ja die xbox series s und die ps5 möchte ich gerne ausweiten und zwar auf die spiele also ich würde es ja gerne auch noch auf einzelne spiele ausweiten den anfang macht mir und werde da noch mal zwei videos hochladen auch eher kürzere shots quasi wo drei meinungs schnips schnipsel quasi drin verwurstet werden da seid darauf gespannt es wird keine review sein oder so was sondern einfach nur so kleiner meinungs keine ahnung ich komme es kann immer so richtig auf den nennen ihr wisst was ich mein das könnt ihr erwarten in diesem sinne möchte ich jetzt aber auch zum schluss machen ich bedanke mich dass sie hier bei diesem langweiligen talk dabei war es hat mich richtig gefreut in diesem sinne macht es gut bleibt am ball abonniert meinen kanal wenn ich das nicht getan habe gibt einen daumen nach oben oder kommt in meinen stream mit mich auch super freuen in diesem sinne macht es gut haut rein und hat einen schönen tag so tschüss